Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast UmsatzUni, einfach gut verkaufen. Mein Name ist Thomas Bottin und ich habe dir wieder Spannendes mitgebracht. Heute geht es um ein Stilmittel, was dir hilft, mehr Charisma im Verkauf zu bekommen. Und das sage nicht ich, das sagt Professor John Antonakes. Und da gucken wir gleich mal rauf. Das Schlüsselwort oder das Zauberwort für diese Folge heißt rhetorische Frage. Und mit einer rhetorischen Frage schaffst du es, Gekonspannungsbögen in deine Verkaufsgespräche, in deine Präsentation einzubauen. Und besagter John Antonakes hat eine Charisma-Studie gemacht und hat in dieser Charisma-Studie herausgefunden, dass es zwölf sogenannte CLTs gibt. Amerikanisch hört sich immer wichtiger an. Es gibt zwölf sogenannte CLTs, Charismatic Leadership Tactics. Und er hat beobachtet, dass diese CLTs besonders von sehr charismatischen Führungspersönlichkeiten immer wieder angewendet werden. Und eine dieser zwölf Taktiken, das ist die rhetorische Frage. Und wir schauen in dieser Folge mal ganz genau drauf, wie verblüffend einfach du dieses Stilmittel der rhetorischen Frage in dein nächstes Verkaufsgespräch integrieren kannst. Und bevor wir einsteigen, eine kurze Sache noch. Du weißt vielleicht, es gibt die Umsatz-Uni-App, da kannst du den Begleitkurs dir reinladen und dann hast du den immer dabei. Und das Tolle ist, das ist nicht wie bei Spotify oder bei Apple, alles chronologisch, die Folgen untereinander, sondern du hast sie thematisch geordnet. Verhandlungen, Verkauf, Analyse, Einwandbehandlung. Und das macht schon Sinn, kannst du einfach mal reinklicken und dann kannst du dir das direkt anhören. Jetzt ist es so, wenn du den Podcast-Begleitkurs gekauft hast, dann kannst du den dann natürlich auch aktivieren und kommst direkt an alle Checklisten ran, an alle Skripte. Der einzige Nachteil ist, du musst da nochmal einen Euro bezahlen. Das ist nicht dem geschuldet, dass ich einen teuflischen Plan geschmiedet habe, mit lauter einen Euro Investments reich zu werden. Das ist deswegen so, weil Apple sagt, einen Kurs, den du irgendwo anders gegen Geld verkauft hast, kannst du nicht in einer App umsonst freischalten. Da wollen wir mitverdienen. Und das Minimum, was wir mitverdienen wollen, ist eben dieser eine besagte Euro. Und deswegen kann man das Freischalten von Bezahltkursen in der Umsatzuni-App nicht verhindern. Ich habe es aber so billig wie irgend möglich gemacht. Und wenn du sagst, der Euro ist mir das nicht wert, dann gibt es auch den Podcast-Begleitkurs Free. Da hast du auch die thematische Zuordnung drin, aber da er nichts kostet, kann ich den auch kostenlos in der Umsatzuni-App freischalten. Also wenn du die App noch nicht hast, lad sie dir runter, musst einfach eingeben, Umsatzuni, dann findest du die entsprechende App in den unterschiedlichen Stores. Also so viel dazu, ist keine böse Absicht. Ich will dich da nicht schröpfen an der Stelle. Es ist halt eine Rahmenbedingung, sage ich mal. Lass uns mal einsteigen. Ich habe gehört, eine rhetorische Frage, das ist das Äquivalent, das verbale Äquivalent von so einem nassen Schwamm, den ein Lehrer, einem schlafenden Schüler an den Kopf wirft. So Bäm, ja, die Älteren unter uns hatten vielleicht noch so eine Lehrer, aber die Frage ist ja, stimmt das wirklich? Und die Antwort ist nein, das ist nicht wie ein nasser Schwamm, dem du einen schlafenden Schüler an den Kopf wirst. Eine rhetorische Frage ist vielmehr ein elegantes Sprachwerkzeug, mit dem du deine Information so spannend drüberbringst, dass erst gar keiner einschläft. Es ist ein Stilmittel, um deinen Kunden zum Nachdenken anzuregen. Du erwartest ja bei einer rhetorischen Frage, so ist sie ja gestrickt, du erwartest ja nicht wirklich eine Antwort, aber, und jetzt kommt's, dein Kunde denkt ja trotzdem genau in die von dir angestoßene Richtung und das erzeugt einen Spannungsbogen. Und das macht es dann, ja, muss man jetzt nicht lange suchen, das macht es eben spannender, wie der Name Spannungsbogen schon zeigt. Und wir gehen mal, ich will dir mal zeigen am Beispiel, wie das funktioniert. Das ist nämlich relativ simpel. Nehmen wir, schlüpfen wir mal kurz in meine Haut. Du bist jetzt mal Verkaufstrainer, du bist im Verkaufsgespräch und plötzlich hörst du dich sagen, ein Verkaufstraining hat in der Vergangenheit in den Unternehmen zu mehr Umsatz geführt, bei denen der Trainingstransfer auch gut gemacht war. Das heißt jetzt eigentlich, dass genauso wichtig wie das Vertriebstraining an sich ist, das, was nach dem Training passiert. Ich habe da einen Vorschlag zum Transfer für ihr Trainingsprojekt, den würde ich Ihnen gerne mal zeigen. So, dieser Satz ist wahr, also bis hierhin, ne, dieser Satz ist wahr, aber vielleicht auch sehr langweilig rhetorisch ausgedrückt. Lass uns das Ganze einfach mal mit so ein paar rhetorischen Fragen frisieren. Gleiche Situation, gleiches Gespräch, jetzt nur mal mit der einen oder anderen rhetorischen Frage. Los geht's. Also als Unternehmer fragen Sie sich natürlich, was bringt so ein Verkaufstraining überhaupt? Lohnt sich das für mich? Lohnt sich das für mein Unternehmen? Und auf was muss ich vor allen Dingen besonders achten, damit ein Verkaufstraining auch zu mehr Umsatz führt? Und das sind tatsächlich berechtigte Fragen. Und ich kann Ihnen aus meiner 20-jährigen Erfahrung als Verkaufstrainer eine Antwort darauf geben, die ist genauso verblüffend, wie sie simpel ist. Ein Verkaufstraining hat in der Vergangenheit in den Unternehmen zu mehr Umsätzen geführt, bei denen der Trainingstransfer gut gemacht war. Das heißt, genauso wichtig wie das Vertriebstraining an sich ist eigentlich das, was nach dem Training passiert. Und ich habe da einen Vorschlag für Ihr Trainingsprojekt, zu dem ich gerne mal Ihre Meinung hören würde. So, das Gleiche nur mit rhetorischen Fragen. Und du merkst schon beim Zuhören, es ist ja jetzt nicht ein spannungsgeladener Text, obwohl es viel Erkenntnis beinhaltet. Und gleichzeitig ist es mit rhetorischen Fragen durchaus erheblich spannender, wenn man es mal vergleicht, als ohne rhetorischen Fragen. Und der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Ansatz liegt tatsächlich wirklich im Spannungsbogen. Und das ist das, was du mit rhetorischen Fragen wirklich gut aufbauen kannst. Mit den richtigen, mit gut durchdachten rhetorischen Fragen veredelst du jedes Verkaufsgespräch. Und die rhetorische Frage könnte man sagen, ist ein Stilmittel, das hilft dir eben den Kunden zu aktivieren, statt ihm einfach so einen Monolog rein zu pressen. Weil wenn ich diese rhetorischen Fragen stelle, was bringt mir als Unternehmer ein Verkaufstraining eigentlich? Lohnt sich das? So, dann stoße ich ja was an, was in Gedanken beim anderen weiterläuft. Und dann ist er natürlich gespannt auf die Antwort. Wäre eben auch total supi, wenn du dazu eine Antwort hast. Nicht, dass er sich fragt, ja, was muss man denn da machen? Und du sagst, ja, keine Ahnung. Ich dachte, sie sagen mir das. So, rhetorische Fragen, wenn wir jetzt mal bei der Formulierung sind. Also das ist etwas, das vielleicht ein Stück weit anders ist als bei anderen Fragen. Du musst bei rhetorischen Fragen gut aufpassen, dass du sie gut servierst. Du kannst das nicht einfach, ich sag mal, dahin fragen wie so ein Reading Monkey. Du musst die mehr betonen als andere Fragen. Und du musst auch eine Wirkungspause machen, bevor du weitermachst. Und die rhetorische Frage könnte man sagen, die braucht eben einfach so ein bisschen mehr Scheinwerferlicht als alle anderen Stilformen. Und lass uns mal kurz, lass uns nochmal einen Blick auf das Beispiel werfen. Und ich mach dir mal, ich mach dir mal ein Beispiel ohne dieses Scheinwerferlicht. Also wenn ich jetzt sage, was bringt ein Verkaufstraining überhaupt? Lohnt sich das? Und auf was muss ich besonders achten, damit ein Verkaufstraining zu mehr Umsatz führt? Dann ist das einfach so dahin gefragt, wie jede andere Frage auch. Mit Wirkungspausen und Betonung verleihst du dem ganzen Spannungsbogen erst so einen richtigen Drall. Mach dir ein Beispiel. Was bringt ein Verkaufstraining überhaupt? Lohnt sich das? Und auf was muss ich besonders achten, damit ein Verkaufstraining zu mehr Umsatz führt? So, Pause und Betonung sind 90% der Wirkung von so einer rhetorischen Frage. Und ich will dir jetzt mal, ich glaube, Thema ist verstanden, ist ja jetzt auch nicht keine schwere Kost, ist sogar eine leichte Kost. Aber du kannst rhetorische Fragen eben aus dem Bauch heraus in ein Gespräch entwickeln. Das ist meistens halb gut. Oder du setzt dich mal hin und überdenkst deine typischen Verkaufsgespräche und entwickelst speziell geeignete Fragen an den wichtigen Stellschrauben im Gespräch. Und ich will dir mal eine Liste an die Hand geben, die dir dabei hilft, die passenden rhetorischen Fragen zu finden, die dann dein Verkaufsgespräch auch genau dort unterstreichen, wo es eben sinnvoll erscheint. Und dafür musst du in Gedanken einmal so ein typisches Verkaufsgespräch durchgehen. Und jetzt überleg dir mal, am besten denkt man immer mit einem Stift in der Hand, überleg dir mal, wann stellen Kunden regelmäßig die gleichen Fragen in deinem Verkaufsgespräch, in deiner Präsentation? Und diese Fragen sind hervorragend geeignet, um sie als rhetorische Fragen selber zu formulieren und sie dann entsprechend zu nutzen. Also wann stellen deine Kunden regelmäßig die gleichen Fragen? Welche Punkte in deiner Argumentation sind besonders wichtig? Was sind so die Highlights? Und für diese Schlüsselpunkte entwickel dir damit rhetorischen Fragen einen Spannungsbogen, damit du diese Stellschrauben in deinem Gespräch eben auch entsprechend unterstreichen kannst. Und als drittes hilft mir immer, rhetorische Fragen zu entwickeln. Bei welchen Erklärungen kommt es, wenn du sie so dann selber, wenn du dich mal aufnimmst, anhörst, zu gefühlten Längen? Wo kann dein Verkaufsgespräch noch so ein bisschen Auflockerung vertragen? Und das kriegst du hervorragend hin mit rhetorischen Fragen. Und am Ende testest du dieses kleine Sprachtool einfach mal in der Praxis und du wirst schnell feststellen, das ist kein Hexenwerk. Du musst natürlich aufpassen, dass deine rhetorischen Fragen dich auch wirklich dahin bringen, wo du hin willst. Vielleicht kennst du den Film Monty Python. Da war doch dieser Anführer der Widerstandskämpfer, der alle um sich versammelt hat in den Katakomben und dann seine Motivationsrede für den Angriff halten wollte. Und er fängt dann auch an aus dem Film Leben des Brian, fängt dann auch an mit einer rhetorischen Frage und will dadurch einleiten, wie schlimm die Römer sind und dass sich ein Angriff lohnt. Und das hört sich dann so an, dass er sagt, was haben uns die Römer gegeben? Und man erwartet keine Antwort auf diese Frage, aber er hat die Wirkungspause zu lange gemacht und dann kommt die Antwort von den ganzen Rebellen. Der Aktprodukt, die Frauenrechte, Sicherheit auf den Straßen, die Kanalisation. Also du musst eben wissen, wie du es genau machst, sonst geht der Schuss entsprechend nach hinten los. Ich wünsche dir viel Erfolg in dieser Woche und das notwendige kleine Stückchen Glück, was man manchmal im Verkauf auch braucht. Bis dahin gute Zeit. Bis dahin gute Zeit.